Ich fahre nach Frankreich und ich kann leider nicht Französisch. Das ist ein wenig blöd. Jetzt habe ich darüber ein Lied geschrieben, dass ich nicht Französisch kann und das singe ich Ihnen in Frankreich dann vor. Auf Französisch! Das freu ich mich, weil dann wissen Sie alle, dass ich es nicht kann. Ich fange auf, wenn es zu laut ist, muss ich wieder aufhören, aber ich schätze es, geht es hier aus. Schätze ich für mich, sei in Frankreich? Okay, jetzt Sie. Wir gehen in Frankreich und das ist der Song, ich spreche nicht in Frankreich. Und ich singe den Song, ich spreche nicht in Frankreich. In Frankreich. You know, oh, London, Canada, Hungary, it's okay. Genau. Ja, super. Madame et Monsieur, excusez-moi, non parle français. 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 Moppa Fassé Moppa Fassé Moppa Fassé Excuse-moi ogenette Je vous remercie Mademoiselle Cardinal Non pas français Non pas français Non pas français Non pas français fulfilled No, 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 no. No, 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 no. Hopp! Hopp! Me and Herbert, we're good friends. Ja, wunderbar. Non, parle francais. 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 Mademoiselle est en devant. Paris, Champs-Elysées. L'amour, accessoire. Non, soufflez la trombette. Non, soufflez la trombette. Non, soufflez la trombette. Non, soufflez la trombette. La trombette. 네. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank, es war wieder schön hier. Danke.